Hey, ich bin's, der Lario! Luigi! Ich bin ganz verwirrt mit zwei Kameras. Hallo Leute! Weißt du, wie viel Uhr es ist? Welche Zeit es ist? Ich hab nämlich meine Uhr vergessen. Ich auch. Es ist Re-Action Time. Es ist Re-Action Time. Und Leute, wisst ihr, was Re-Action Time heißt? Ja. Wir schnappen uns einen Drinkkorb. Drinkkorb oder einen Krug. Drinkkorb oder einen Krug? Wenn ich? Aktion. Wenn ich? Aktion. So, das war eine schwere Geburt. Schwere Geburt? Ich würd' sagen. Ich stoße nur an, obwohl ich schon echt viel Schaum abgesüffelt hab. Nicht so. Prost auf Gesundheit. Auf Eure Gesundheit Wohl. Und heute, liebe Leute, gucken wir uns ein Best-of an, dass der gute Fake-Grüße gehen raus an dich. Und an dich. Fake-Grüße gehen raus. Dass der Fake für uns geschnippelt hat. Er hat vielleicht auch ein paar Memes eingebaut. Ich hab die ersten 10 Sekunden gesehen. Bito. Sind sauwitzig. Ich würde sagen, Abfahrt rein ins Game. Wow. Ich bin ja nöwes. Click Play. Ey, ich bin's. Der Lario und der Lario. Mui? Lario. Hello, darkness, my old friend. Klar sind wir jetzt schon mal. Hello, hello, yeah, yeah, yeah. Ja, yeah, yeah. Das wird gut heute. Heute bin ich motiviert. Sing us a song, you're the piano man, sing us a song. Ui, es ist laut, dem man ein bisschen leid. A few minutes later. Oh my goodness. Oh my fucking goodness. Das war, das war, das war recht mit der Kölnchen. Sehr gut bisher. Ich bin, ich bin nun sehr traurig, dass es nur 3,45 geht, weil wir haben schon 45 Sekunden. Wir sind jetzt nur noch 3 Minuten pures Gold von dir, Fake. Ähm. Was kommt hier? Ich weiß nicht, ob ich was kann. Let's. Ja. Sehr gute Meme-Auswahl. Mehr davon. Du bist eingestellt. So, ich würde ganz kurz gern das Prinzip von Bomb-Tag erklären, es ist Bomber-Man. Ciao. Es ist Bomber-Man. Ja. Die Bomber-Enkel-4 funktioniert überhaupt. Okay, stell dir, wie es die wegfetzt, sieht schon immer hübsch aus, deine, 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 deine Ente auf dem Kopf, auch. Ja. Ja, die finde ich süß. Ja, die finde ich süß. Seppoku begangen. Oh, na, na, na. So. Ähm. Mein Körperbau ist ziemlich akkurat getroffen. Wo hast du das Bild von mir? Ja, genau. Seppoku begangen. Seppoku. 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 Seppoku, japanisch. Harekiri. Harekiri. Harekiri, ja. Das ist, äh, kurze Bildungsauftrag erfüller. Wenn ein Samurai verkackt hat und in Ungnade gefallen ist und dann, äh, seine, seine Ehre kaputt war, dann ist seine komplette Familie unehrenhaft und das ist ganz, ganz mies. Und, äh, und es ist sehr, sehr schlecht, wenn die in Ungnade sind, die, äh, die, äh, Familienmitglieder, weil man das nicht möchte und dann gibt es nämlich eine Art, äh, die, äh, die Familie Ehre wiederherzustellen und ist es durch Selbstmord, rituelle Selbstmord, man nimmt ein Messer und sticht sich in den Bauch und ich glaube, der wird gezogen und dann, äh, man bringt sich halt um und, äh, ich glaube, die Ehre wird nur wiederhergestellt, wenn man halt tapfer ohne zu Hause das macht, man kniet sich hin und schnippelt sich dann eine Wand auf. Das könnte ein, äh, X-Men-Dagree-Organe-Organe-Organe-Organe-Organe-Organe-Organe-Organe-Organe-Organe-Organe. Ja, die, die, die schlechte, die, die schlechte X-Men-Fier-Organe-Organe-Organe. Ja, genau, gucken. Da könnt ihr das sehen, sehr gut. So, gegangen. Oh, na, nein. Komm her, ich mach pvp mit dir. Mach pvp mit mir. Komm her, ich mach pvp mit dir. Mach pvp mit mir. Ich komm hier nicht hoch. Ah doch, jetzt. Bäm. Bäm. Oder ich mach dich pvp mit mir. Wow. Mama, uuuu. Lari und Luigi, Lügner des Jahrtausends. Schlimmer. Schlimmer als Hitler. Du bist vielleicht ein Bad Boy, aber ich bin Batman. Ich weiß die Hälfte davon schon immer. Ich weiß auch viel. Wir sind von immer. Aber, ich danke Fake. Vom ganzen Herzen möchte ich dir danken, dass wenn ich sing, kein Cringe-Counter kommt. Ey, das war Pianoman. Das war schön. Das kann ich auch hier. Oh ne. Wenn er die Gitarre holt. Sing us the song of the Pianoman. Sing us the song tonight. We're all in the mood for a melody. And you got us feeling alright. Schön und verkackt. Weiter geht's. Oh, der war gut. Darf ich hier vorbei? Nein! Und ich sag's euch, mit nem gebrochenem Genick ist net zu spasse in der Regel. Ähm, aber war wahrscheinlich ne Lüge. Ich heiß nämlich in Wirklichkeit nicht. Ist net zu spasse in der Regel. Ähm, aber war wahrscheinlich ne Lüge. Ich heiß nämlich in Wirklichkeit nicht Stjepan. Natürlich nicht. Stjepan wär ja auch ein total bescheuerter Name. Du so hohoho. Und ich so hiiii. Und die so... Good one. Gold. Fures Comedy Gold. Und du so hohoho. Und ich so hiiii. Du bist eine kleine Muschi. Du. I'm gonna wash my hands in a bunny of a twerkat condo. Zeichnet wird mit seiner Bezeichnung. Es ist sehr bezeichnend. Waaahhh. 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 Du bist eine kleine Muschi. Du. I'm gonna wash my hands in a bunny of a twerkat condo. Waaahhh. 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 Du bist eine kleine Muschi. I'm gonna wash my hands in a bunny of a twerkat. Waaahhh. 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 Der hat's gemacht! Der ist wirklich so. Oh, ein schönes Maul. Oh, Bending. Das wollt ihr doch sehen. Das wollt ihr doch sehen. Jetzt ist der DLC offiziell komplett abgeschlossen. Das ist der DLC. Ich wollte nur kurz sagen, das war ein klassischer Family Guy-Schnitt. So ein mittelwitziger Joke. Einfach so lange gemacht, bis er witzig wird. Ich hab's euch gehört, in dieser Sekunde. Der wird absurder. Sehr gut. Hervorgen. Hervorgen. Drei Parts Loggi-Floggi gemacht. Nicht schlecht. Das war entspannt. Das war entspannt. Gut, Freunde. Dann bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Das war jetzt mal so das Finale von Dark Souls 1 im DLC. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gern Feedback da. Auch wenn's euch nicht gefallen hat, lasst Feedback da. Fakeback. Ja, genau. Und dann sehen wir uns einfach, wenn's wieder heißt. Laren Moichi startet durch. Bis dahin, macht's gut. Ciao. 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 Verlese. Ich wollte nur mal sagen, dass ich kein, dass mein... Ist das abgeschnitten? Ist das abgeschnitten? I don't know. Ich wollte nur mal sagen, dass ich kein, mein erstes Mal war und ihr ist hoffentlich ein bisschen witzig und anzuschehen bei... Anzuschehen? 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 Anzuschehen, mir fällt grad niemand ein, aber war witzig, aber des... Was soll ich sagen? Ich habe gelacht. Ich... Ich... Ich habe nix vorbereitet für dich, Fake, es tut mir leid. Ich schnapp mir jetzt einfach die... Was? Ich würde spiele noch was. Ich würde noch was spielen irgendwie, sowas wie... Ich improvisier was dazu. Ich wollte improvisieren, dann mach ich die Akkorde. Ich improvisier Akkorde das so vielleicht. Was? So nach dem Motto Hey, Fave, das war richtig nice Mega funny scheiß Deine Videos sind sehr witzig Und auch mega spitzig, oh ja Ein D, Alter, wer kommt mit einem D und B? Ja, ich bin auch beim Gesang mit dem Spiel jetzt D-Moll, C-Dur, B-Dur, okay? Das habe ich nicht verstanden Drei, vier Drei, vier Drei, vier Drei 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 Musik Fünfte Sequenzierung, okay? Da machen wir das. Und bereit, 1, 2, 3. Musik 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 Grandios Es war top Grandios, Alter. Danke für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Adieu. Adieu.